So, da bin ich wieder und wir stehen tatsächlich mal wieder vorm Boss und mal schauen, ob wir hier endlich eine Taktik raus sind, wie wir ihn besiegen und seinen Feuerbällen ausweichen. So schon mal nicht. So auch nicht. Und so auch nicht. Gut, und das war's auch schon. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich da bin. So Leute, ich bin wieder da und diesmal stehen wir wieder vorm Boss. Das ist wir mit gar keinem Leben, aber naja, ihr wisst ja, was passiert, wenn man beim Boss stoppt, man darf nochmal von ganz vorne anfangen. So, damit ist der Boss erlegt. Schluss, aus, keine Lust mehr. Also auf Akrogen ist die beste Lösung bei dem Boss, gut zu wissen. Und wir sind endlich in Stage 6, ist das nicht toll? Yes! Gut, der letzte Boss wird aber nicht so einfach, hab ich gehört, aber es gibt sicherlich eine Methode, wie man den auch besiegt. Im Zweifel auch Akko raufkloppen oder so, keine Ahnung. Irgendwas wird schon bei dem funktionieren. Wir sind so akko, dass wir jeden Boss wegklopfen. So, aber wir machen dann morgen weiter. Bis dahin, Leute. Hallo Leute, Matthew hier und wir machen weiter mit Ninja G-D. Wir schauen einfach mal, wie gut wir sind. Und ob wir überhaupt... Gut, wir müssen oben diesmal lang. Und... Vier Fliegel, äh... Loop. Oh, Roundhouse Kick. Und... Kanonen. Und noch mehr... Ah, Munition. Wah, viel zu f... Ui, sa. Viel zu viele von denen. Baudi. Oh. So, und wir sind im Turm. Ist mir schon mal gut gefällt. Eins kreischt, ist doch ein Mund. Uah. Och, nee, oder? Halt dich. Wow. Ach, du Schreck. Gut, das könnte sich als knifflig herausstellen. Aber wir gehen natürlich nicht so einfach auf. Denn wir sind... Ryo, Haia, Brüsa und wir sind natürlich nicht so einfach zu besiegen. Ey, was zu... Super Sache. Ähm, okay. Wir wissen schon mal, wie es wir es nicht tun sollten. Der erste geht ja noch. Nicht das zweite ist eigentlich das Problem. Ich glaube, das geht genauso wie in dem Video davor los von Stage 5. Wir brauchen mittlerweile zehn Stunden... Ach, nee, wir haben ja so ein Stage 1 beendet. Das ist ja schon die zweite. Gut, ich nehme alles zurück. Es geht gar nicht so los wie in der anderen. Und jetzt schnell hoch hier. Ach du Schreck Was zum Vogel Vogel Ich hasse Vögel Ab sofort Aha Kanone Ist ja noch Viel schlimmer Ist das davor Okay 1,2 und 6,6,3 Noch kommen Aber noch okay So Weg Weg Jo Axtwerfer Kanone So und nach oben Oh noch viel weiter nach oben Schön Man hat ein Vogel Noch ein Vogel Viele Vögel Okay Kann ich mit umgehen Wenn sie nicht gerade An Stellen kommen Wo man ganz viel springen muss Sie denn hinter uns Wo ein Wurf geschossen So So Haha Wo ist zum Hänker? Ah, kommen diese ganzen Ninas hier auf einmal. Hä? Was ist zu... Ja. Da sieht, was passiert, wenn der Gegner zwar getroffen wird, aber nicht stirbt. Hä? Was ist zu... Oh, nee. Was? Nein, okay. Entweder wird man von hinten getroffen und man fährt in Abgrund oder von vorne und man fährt in zwei Wellen in Abgrund. Ach du Schreck, es war zu früh. Ich wusste es. Ich sollte da nicht springen. Beste Methode. Nicht springen an dieser Stelle. Ich treffe... Ich treffe...